Ich wollte, ich wäre der Nikolaus, das wäre wunderschön. Ich würde laut von Haus zu Haus am Winterabend gehen. Doch hat da etwa Angst ein Kind vor mir, dem Nikolaus. Zieh ich den Mantel ausgeschwind und seh wie immer aus. Vorm Kopf nehm ich die Mütze dann, damit es keinen graut. So am Schluss, dann kommt der Bart noch dran und alle lachen laut. Ich möcht so gern von Haus zu Haus am Winterabend gehen. Ich wollte, ich wäre der Nikolaus, das wäre wunderschön.